Wisst ihr, wo die waren noch? Das ist doch die Schüsse gehört, oder? Ja. Ich hab nur... Ich hab gar nichts gehört, das ist es ja... Wo kamst du... Nur ein... Ich weiß... Ich weiß es echt nicht. Ich weiß es leider auch nicht. Das ist da drüben in diesem... diesem kleinen Wald. Gegenüber von der Kirche, sag ich mal. Das ist die Kirche? Ach da hin. Leider in diesen umgestürzten Bäumen. Da schießt jemand? Da rennt jemand. Wo ist denn die Kirche? Direkt an der Hauptstraße ist eine Kirche. Hier gibt's doch gar keine Kirche mehr. Ja eben. Da fahr ich so gut. Sorry. Ich bin im Gelände gerannt. Ich kling von aus, dass dann noch die Kirche steht. Und da hinten jetzt, wo du hinläufst, ja? Da die Richtung. Ich lauf gar nicht, ich bin im Gelände. Dann zieh ich sie direkt neben mir, ne? Ja klar. Sorry. Ich war grad ein bisschen brain-off. Okay. Und da hinten, die Richtung, hat grad jemand aus dem Wald geschossen? Äh, aus diesem Wald. Er ist von links nach rechts gelaufen. Zu diesen Häusern. Ah, okay. Und dann hast du ihn aus den Augen verloren. Mhm. Dann muss er wahrscheinlich gerade noch hocken. Okay. Kontenance. Ladies. And the gentlemen. Willkommen in Seleno. Und... Ja. Spiel hat den... Und... Ach man, die Hits tue mir nicht gut, man. Mir ist auch scheiße heiß. Ja. Mir auch. Ich kann das Fenster nicht öffnen aus Gründen. Ich will aber nicht als erstes sterben hier. Das ist jemand in der Baracke. Echt? Was? Welche? 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 Oh, er schießt. Und du wusstest was? In... In der Baracke? Ja, ich bin dauernd. Der kam grad raus. Ich wollte mit ihm reden. Aber der hat nur zum Glück eine Rack. Ist nur eine Rack? Ja, ja. Und er ist... Er... Er blutet, glaub' ne? Ja, ich hab ihm einen Hit reingegeben. Wo ist denn der jetzt aktuell? Der kam aus der zweiten Maracke rausgerannt. Ja, aber Luzi, musst du mir sagen, wo der ist. Ich war... Hinter der Baracke. Da wo die Zombies... Wo rennen die Zombies hin? Die bleiben da stehen. Der ist nicht mehr in der Nähe. Also könnte der quasi hinten rausgerannt sein? Kann sein, ja. Ich hör' Schüsse. Bei der Wiese, ne? Irgendwie? Siehst du ihn? Nein. Ich bin das neben dir. Achtung. Ja. Fuck! Wo ist der hin? Wahrscheinlich bei dem Turm, oder? Der muss direkt hier irgendwo sein. Ja, ja. Ich hör's auch. Beim Turm, beim Turm, beim Turm. Beim Turm, beim Turm. Beim Turm, ja. Beim Turm. Ne, ist ein Zorn. Leute, er ist echt beim Turm. Okay, das könnten wir schaffen, ja. Im Zaun drin. Soll ich versuchen zu rushen? Ich weiß es nicht. Wie soll ich ein Bein? Fuck, wo ist der? Ne, lass lieber abhauen, oder? Der ist nicht da. Ja, lass abhauen. Boah, und spaßig will er weg. Ja, mach schnell, lass lieber schnell verschwinden hier. Ich mein, direkt instant refrag'n wär' noch gegangen, aber jetzt jagen gehen direkt mit ner Revolver, oh ne. Ne, ne. Der ist ja halt auch artgeblutet, also. Welch hat's denn sogar erwischt? Ne. Der ist irgendwo umgefallen. Meinst du noch dachträglich dann? Weiß ich, vielleicht rennen dann die Zombies einfach weiter. Die sind jetzt auf dich gepult, du bist tot. Ich mein, wie reagiert dann so ne KI? Hört auf wahrscheinlich. Ja? Ja. Ja, ich weiß. Weil sie damals in den Körper geschlagen haben, der auf dem Boden lag. Stimmt, das haben sie gemacht. Was willst du beim roten Haus? Oh, ich hab' beschossen. Ja, ich auch. Von wo? Ich hab' kein... Von, was aus der Stadt raus irgendwie direkt. Also wir laufen weg davon. Davon. Sicher? Mhm. Oh ja, das war auf mich, alter. Aber richtig hart auf mich. Ich glaub' wir werden gejagt. Wir könnten uns hier irgendwo verstecken und schauen, ob wir die sehen. Oh Gott, ich hab's überlebt irgendwie. Alleine. Lol. Rechts ist ein Heli. Ist ein Heli. Ja. Bluten gehen? Ja. Ja. Der ist nicht so gefährlich, denk' ich, oder? Nee, ist safe. Obwohl der Wald da hinten gefällt mir gar nicht. Und die Scheune auch nicht, ehrlich gesagt. No risk, ne? No risk noch fahren, oder was? Okay. Wollen wir nicht erst die Scheune und so über... Ach, ich weiß nicht, ey. Ich guck' erst in die Halle, ohne Witz. Hm, ich guck' auch erst mal so drum herum. Hier, den könntest du echt gut abspotten, wenn wir jetzt hier campen ein bisschen. Das stimmt. Und... Die Leute werden sich jetzt denken, Rico, der Idiot, bleibt mich stehen. Bleibt mich stehen beim Looten. Aber ich will die, ich will die Rocket Aviators haben. Mach, leck mich doch. Ach, du loosest schon. Oh, Rocket Aviators. Ja, aber ich... Ach, leck mich. Den ploppen wir mal ganz kurz auf, weißt du, und dann... Oh, hier könntest du echt asoziell draufsnipern. Wow. Alter, Hauptsache, ganz viele Rauchgranaten. Okay, lass... lass abhauen. Lass abhauen, bitte. Oh, Bremer. Alright. In die Richtung. Hier? In die Richtung Scheune erstmal? Ja. Sag ich nicht! Wo ist ein Heli, ich sehe nicht! Da ist ein russischer Heli. Okay, okay. Gut, gut, gut. Russischer Heli. PM Ragmoon. Junge, 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 Junge. Mega nice. Ihr legt jetzt nichts rum, oder was? Gar nichts. Übrigens, by the way. Ich habe einschächtlichen Akarmoon aufgesammelt. Ja, oberheaten. Ins Wasser springen. Geißer. Sonst nichts? Flashbang. Flashbang macht mega viel Sinn. Genauso wie der Rangefinder. Hauptsache, Items im Spiel ohne Sinn. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Schau. Ja, gut, das ist nichts. Dann würde ich sagen, ziehen wir weiter, oder? Ihr seid vorher mit deinem Busch, ne? Tanne. Sarkasmus jetzt, glaube ich. Das seid ihr, ne? Tanne. Ey, was für Sarkasmus. Alles gut. Okay. Q und D? Ja, seid ihr. Ich muss mir mal die Namen merken. Wollen wir uns noch ganz kurz weiße Armbänden machen? Scheiße, ja. Komm. Okay. Oder nicht, oder wollen wir es nicht machen? Merken wir uns die Klamotten. Ich bin komplett schwarz, also eigentlich ganz leicht. Du bist komplett... Deine Klamotten habe ich. Tim sieht aus wie ich. Ich brauche nur auf mich gucken. Zwei Tims. Okay, alles klar. Gut. Malten wir so im Auge. Dann ist gut. Alles klar. So, es können natürlich jetzt zwei Sekunden dauern. Ja. Oder auch nicht. Oder es geht so ab wie beim letzten... Ach, das seht ihr erst morgen in 10 Uhr. Scheiße, da... Meine kommen leider erst später. Fuck. Rico ist ja ein bisschen schneller im Schneiden. Ah. Und Tim ist schon... Wo? Wahrscheinlich schon in der Race. Ja, ich bin da immer noch hinter euch. Nee, ich checke noch die Bäume ab. Hier sieht man mich dezent, ne? Ganz links im Wald rennt da jemand von uns? Wir laufen gerade zu zweit wahrscheinlich. Ja, ich bin ein Stück weiter oben. Neben Tim. Wer ist denn hinter mir? Hinter dir ist keiner. What? Du weißt nicht, wie ich aussehe. Au. Ähm. Weh. Einer ist tot. What? Good job, man. Ist gerade vor mir in der Tanne. Geh der erstmal weg. Ich hoffe, es keiner... Oh fuck, Alter. Ich blute aber. Ihr müsst mir wahrscheinlich eine Saline geben. Wo warst du denn jetzt genau? Der ist bei mir in der Tanne drin gespawnt. Oh mein Gott. What the hell. Oh scheiße, ich fall wahrscheinlich gleich um, ne? Lass mal zurückgehen, Tim, oder? Ja, ja. Ich renne auch gerade zu Luzi. Wir holen die Bäume noch unten ab. Bist du eher weiter oben? Ich bin ganz unten, ganz unten. Nee, Luzi meine ich. Ich bin ein bisschen weiter nach oben, nach rauf, zum Berg hoch. What the fuck? Und noch eher, wenn man bergab läuft, rechtseitig, ne? Ja, ja, ja. Genau, rechtseitig. Okay, Fracture. Wo ist mein, wo ist mein, wo ist mein da? Da kommt ein Zombie auf euch zu. Auf mich? Ein Zombie in roten Klamotten rennt. Ja, das ist Tim. Okay. Rechts, okay. Jetzt rechts halten und hoch. Fertig? Nee. Darts. Okay, jetzt, jetzt, jetzt. Wow, schöne Farben, danke schön. Jetzt habe ich den Bug angewendet, glaube ich. Ich habe den Saline in meinem Inventar noch. Ach, wie konnte das denn nur passieren? Das ist doch jetzt richtig ärgerlich. Du heiliger Bim Bam. Willst du noch eins? Nee, passt. Komplett wieder grün. Äh, grün. Farben meine ich. So. Okay. Komplett grün, Alter. So, einmal oben den Wald nochmal lang, ja? Wie wollen wir ihn rein in den Mischkino? Linksseitig ein bisschen? Oder direkt frontal oben rein? Also da, wo der Truck unten steht? Ich habe gestern rausgefunden, also ich war gestern in Mischkino drin und ja, kam halt frontal so runtergeahntet, der hat ja echt keine Chance. Nee? Also, nee, du hast ja echt keine Chance. Wenn da jemand in den Zelten ist, dann bist du in der Geschichte. Dann würde ich, dann würde ich gerne komplett links rumlaufen. Würde ich auch, ja. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Nee, ich muss, ich muss hier aussortieren. Okay, ich bin, seid ihr runtergelaufen? Nee, wir laufen links rum. Achso. Einfach dem Wald, einfach folgen, ne? Dass die Base rechts von dir ist. Und dann versuchst du links, das Ding zu umlaufen, die Base. Und nicht frontal rein zu rennen. Ah, verstehe. Okay, gut. Von Süden aus dann. Da rennt Rico hoch, ja? Okay. Man, man, man. Der liegt ganz oben auf dem Berg, ja? Nee, auf der Bergspitze. Na, echt jetzt? Oh Mann. Ja, ich denke aber nicht, dass er alleine ist, oder? Gute Frage. In Mischkino ist man wahrscheinlich nie alleine. Ich sehe euch beide, okay? Also er hat auf jeden Fall nicht nach Mischkino geschaut, sondern eher nach da drüben. Wahrscheinlich seine Base oder seine Mates. Oder guckt ihn streamen und der Delay hat ihn jetzt verwirrt, weil wir eigentlich laut streamen noch dort lang glauben. Kann natürlich auch sein. Oh, da ist er. Da oben. Guckt er zu dir? Wow, okay. Hat er dich? Nein. Nein, nein. Wisst ihr? Er rennt, er rennt nach unten. Wie nach unten? Nach unten Richtung Base, ja? Nein, 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 nein. Er rennt nach drüben, nach drüben. Nach links, da wo er halt hingeschaut hat. Oh, Schuss auf mich. Von unten, von unten. Ja, ich sehe ihn. Der M4, könnt ihr mal, holt ihn mal bitte weg, der M4. Den nicht mehr. Fuck, ich sehe den nicht mehr. Ich habe den gesehen da unten. Er läuft da. Na? Wer folgt ihn noch? Ich sehe den nicht. Ich würde der M4 nicht mehr. Der wird wahrscheinlich in der Tanne da unten liegen. Jetzt ein Nate, Alter. Boah. Ich hätte ein Nate. Ich sehe den nicht mehr. Scheiße. Der wird irgendwo in Deckung gerannt sein. Jetzt, jetzt. Ich sehe noch einen. Ich sehe den Typen auch nicht mehr. Jetzt haben wir bis dahin. Ja. Wo habe ich gerade scheiße geschossen, Mann? Sind die direkt im Berg runter? Erinnerst du direkt vor mir, Nathaniel. Ich bin das wahrscheinlich, oder? Ich habe mir die Beine gebrochen. Shit. Der hat mich. Echt? Der ist da, wo wir lang gerannt sind, Tim. Ein bisschen weiter unten. Hatte dir den mit dem blauen jetzt? Mit dem blauen unten? Nee, nee. Der ist weggerannt. Ich habe ihn angehltet. Mit dem 4. Oh, Schuss auf mich. Ich weiß halt nicht von wo. Nein, der Typ ist bewusstlos. Nice. Schüsse auf dich, Alter. Jetzt hör mal auf, um mich zu schießen, Mann. Der Lappen da. Genau, von rechts kam einer. Ich wollte gerade sagen, während ich mich auf den geschossen habe, hat noch ein anderer auf mich geschossen. Von der Seite. Brauchst du Unterstützung noch? Zwei Leute geschossen. Ja, wäre super. Ich weiß nicht, von wo ich geschossen werde. Ich sehe es auch nicht. Der Schlitz kriegt immer komisch ein hier. Was ist laut? Doch, ich sehe einen verfolgt. Ich habe den, warte. Ja, bitte. Okay, grün voll equipt, Alter. 200 Meter, oder? Wo geht der hin? Ich sehe ihn. Ich renne gerade weg und will ich managieren. Der war noch hinter dir auf jeden Fall. Ohne Kleidung war der einfach hier, okay. Ja, gut. Ihr lebt noch beide, ne? Ja. Okay. Einer komplett in grün, an dem Tim. Ich konnte leider nicht schießen. Bist du das? Wo? Schwarz? Ich bin schwarz. Ich bin schwarz. Meine Beine sind gebrochen. Ist er grün? Weiß nicht. Okay. Ich bin down. Echt? Ja, ja, bewusstlos. Okay. Renn mal zu den Schüssen, bitte. Ich liege da noch bewusstlos und er ist wahrscheinlich tot. Ich bin auch tot, schade. Das war gerade die AK, ja. Wisst ihr, wo die war noch? Du hast doch die Schüsse gehört, oder? Ja. Okay, ich hab ihn. Wow. Einer ist down. Ich blute hart. Mindestens drei, ne? Mindestens drei. Echt? Ja, ja. Ah, nee, Tim hatte noch einen, dann sind es auf jeden Fall noch zwei. Okay, ich rimm mal ein bisschen weiter weg. Krass, der hat aber echt zu seinen Mates hingeguckt, ne? Anscheinend, ja. Na, die haben nicht zusammengehört. Kann nicht sein. Also ich hab deinen Killer wahrscheinlich gekillt, der mit der Mütze. Genau. Nee, ich weiß nicht, wie mein Killer aussah. Wie sah der aus? Ich glaub schon fast, dass ich den selbst gekillt hab. Der war grün mit AK und... Nee, nee, der hat noch gelebt. Das war der gerade. Du warst der SVD-Schütze, ne, Tim? Der Vollschütze, ja. Aber das gleiche Sound. Okay, ich seh da jetzt drei Leichen, hab ich da keine Bewegung mehr. Das ist ja übelst brutal hier, Alter. Obwohl ich denke nicht, dass hier jetzt nur einer ist, weil, ähm... Das ist die Spawn, ja. Die Mates würden ja alles denselben. Puh. Okay, das war ne AK. Der hat ja fast nix dabei, der Typ. Da ist Tims Leiche. Was hast du wieder dabei gehabt, Boy? Oh, Alter, bei dir ist alles zerschossen. Außer die Granate. Bei dir ist alles... Boah, bei dir ist halt alles ruiniert. Ich will's nicht wissen. Bei dir ist alles am Arsch, Alter. Gut, das war Mischkino. Ich verschwinde jetzt hier. Ich hau ab. Das war zu heftig jetzt wieder. Ich will's nicht wissen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020